Hallo, im ersten Video haben wir solche Wurzelgleichungen betrachtet, bei denen nur eine Wurzel vorkommt. In diesem Video betrachten wir eine Wurzelgleichung, bei der zwei Wurzeln vorkommen. Allerdings ist es noch ein relativ einfacher Fall mit zwei Wurzeln, denn beide Wurzeln haben den gleichen Wurzelexponenten, nämlich die zwei. Die zwei schreibt man ja nicht mit auf. Gut, also das hier ist die Wurzelgleichung, hier steht sie nochmal aufgeschrieben. Und der erste Schritt wäre, dass man beide Wurzeln verteilt, das heißt eine Wurzel links und eine rechts, aber das brauchen wir hier nicht machen, denn die gegebene Wurzelgleichung hat bereits diese Form. Deshalb können wir direkt loslegen und die Wurzelgleichung quadrieren. Gut, wenn jetzt der Wurzelexponent nicht 2 wäre, sondern 42, dann müssen wir hier mit 42 potenzieren. Ja, aber hier ist der Wurzelexponent 2, hier und hier, dem muss man sich denken. Also müssen wir quadrieren, das heißt mit 2 potenzieren. Ja, das habe ich jetzt hier gemacht. So, jetzt können wir hier vereinfachen, da benutzen wir dieses Potenzgesetz hier. Wenn ein Produkt potenziert wird, dann kann man das machen, indem man jeden einzelnen Faktor potenziert. Ja, das habe ich hier gemacht. Hier wird ja ein Produkt potenziert, da kann ich also die 6 potenzieren und die Wurzel. Ja, und zwar mit 2. Das habe ich hier gemacht und hier. So, jetzt können wir vereinfachen, und zwar mit Hilfe dieses Gesetzes hier, dieses Wurzelgesetzes. Ja, da können wir einmal hier diesen Ausdruck vereinfachen, da bleibt x plus 30 übrig. Wenn wir diesen Ausdruck hier vereinfachen, bleibt x minus 5 übrig. So, und die 6 Quadrat, die rechnen wir aus, das ergibt 36. So, jetzt spule ich mal das Ganze so ein bisschen nach unten, geht es hier unten weiter. So, hier waren wir stehen geblieben. Jetzt multiplizieren wir aus, diese Klammer hier, das ergibt 36x minus 36 mal 5 ist 180, also minus 180. So, jetzt vereinfachen wir, das x bringen wir auf diese Seite, dann haben wir hier 35x, und die 180 bringen wir auf diese Seite, da haben wir dann 210. So, jetzt dividieren wir die Gleichung noch durch 35, dann haben wir 210 durch 35, und das ist gleich 6. Das Ergebnis ist also 6. Gut, jetzt müssen wir natürlich noch die Probe machen, denn wir haben ja hier oben, ich spule mal eben hier hoch, wir haben hier oben, Augenblick, noch ein bisschen. So, hier oben haben wir ja Quadrieren, da steht es ja noch. Ja, und Quadrieren ist keine Äquivalenzumformung, oder allgemein gesprochen Potenzieren mit einer geraden Zahl ist keine Äquivalenzumformung. Ja, deshalb müssen wir die Probe machen, wir müssen das Ergebnis, also die 6, hier einsetzen, in diese gegebene Wurzelgleichung. Ja, ich spule mal nach unten, merkt euch mal hier diese Gleichung, da setzen wir die 6 jetzt ein. So, das habe ich hier gemacht, also einmal hier, da, und einmal hier. Ja, und wenn man das vereinfacht, erhält man die wahre Aussage 6 gleich 6, also ist die Zahl x gleich 6 eine Lösung. Ja, das war's, auf Wiedersehen.